so und damit ein herzliches willkommen in einer neuen folge von dead by daylight wieder mit dem vincent wo bist du weil du es gesagt du bist hier ja grüß dich ich brauche eins ich brauche ein item das ich finden muss es ist michael gut weg hier wo läuft er hin hinter mir her also hau einfach also oder könnte sich wahrscheinlich verstecken ich sitze gerade im eck gegen du michael meyers ist watching natürlich sofort hier ist der ist auf dem berg ich weiß jetzt nicht ob er mich weiter verfolgt auf was im berg von berg her so zwei generatoren 2 1 michael meyers ist okay ist von sehr er hat mich also mal schauen er kommt gerade zu mir aber ich weiß nicht okay gut da kann ich raus ich kann mal die kiste hier dran muss ich nicht sehen und er ist in der dritte was ich nicht treffen ja einfach sein muss euch denn hin wenn da ich meine hand hat aus dem eck rausgeguckt notgeiles man ich wollte die scheiß kiste haben du arsch da drüben ist er auch geil endlich nicht mehr aber ich glaube mich hat er kommt da kommt da kommt da kommt doch doch dritter weg hier hilfe michael es taugt sich an dir er ist jetzt schon wieder ein 3 was auf er ist schon wieder ein 3 er weiß aber nicht genau wie er michael spielen soll weil er hat sich einfach sofort wieder ein 3 gemacht alter auskommt kann ich dich heilen aber da ist gerade bei mir in der nähe alle das der bringt auf dem hügel ich weiß nicht mal wo das killer haus ist hat er das meinte davon ich gehe jetzt mal weil er wahrscheinlich entkommt ja kommt gerade rein ach hier bist du ich bin hinter dem stein hier hinter dir welchen links jetzt gerade nicht unbedingt also das ist wer anders ja was denn das kommt bist du soll ich die holen du hängst noch gar nicht du das war so klar punkte ich meine den anderen trottel der ja was bringt mir das punkte rang auf steg wenn der gerade kommt ja dann hole ich sie na toll toll super warum soll ich denn retten wenn ich schon hängen alter es bringt doch gar nicht mensch noch wenn ich kein hit einstecken kann damit er nicht hängt ja also falls du das hieß der kommt aber wieder der ist in der nähe irgendwo komm mit schau zumindest hier hin wohin irgendwo weil er ist scheiße er kommt er stockt sich wieder aber der dürfte mich zumindest fertig gestalkt haben ich weiß nicht wie weit er bei dir ist na toll mann na der kommt noch hinter mir her na komm stock mich fertig du kannst mich nicht mehr stalken wie oft kann mich der bitte stalken es hat doch eh kein sinn mehr als bist du wieder tot ey ach so du bist ja jetzt komplett schon tot mann wahrscheinlich kämpft ja die luke oder da ist die da auf dem berg ist ja oder sieht so aus das ist links lol einfach fett auf dem berg das macht es nur noch besser jawohl und die bluttüte macht es auch viel besser die ist in der mitte so unübersichtlich hey cool ja das ist meins ich so da ist noch eine lampe aber es gibt auf dem er vier stück ja ich kann du kannst dir nur eine nehmen ja ja gibt trotzdem vier stück wollen wir die gleich machen und den hier ja nein möchte ich nicht geil der eine ist erstmal raus übrigens die krankenschwester kommt gerade zu dir ne doch sieht sie mich scheiße sie ist erst von mir vorbei also sie hat sich erst weggedreht ob der eine lol woher wusste ich dann wo ich hinlaufe aua alter wie langsam läuft die mcthomas bitte nein die krankenschwester ist einfach nur schnell die schnell ich hab jetzt langsam ja die ist langsam aber wird nicht wenn sie sich teleportiert ne die hat sich teleportiert ist mir hinterher gelaufen oder geflogen ja mcthomas ist so langsam wie ein erschossenes schwein hä hm 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 wieder hier und das laufen da ist mit 5 generatoren machen weißt du und und wir sind nur zu dritt ich fahre mir jetzt einfach so viel dass ich den ganz bekommen dass ich rangausstieg bekommen und das reicht dann schon ich werde wieder absteigen weil ich nicht weiß wie ich fahren soll der leute vom hagen bekommen bisschen generatoren muss ich mich heilen du kannst dich ja selbst sein kann ich nicht nicht ist mir auch egal ob ich absteige ich werde sowieso wieder zurück ist jetzt irgendwann von dem her und wenn das team scheiße ist dann kannst du noch so viel fahren irgendwann ist aus so kommen der wird klinge dass mich dich heilen werkzeugkiste die hilft messer viel die zuhörst du mich nicht geheilt wirst du mich opfern kaum schon die krankenschwester ist doch nicht so opel dass man sie nicht schaffen könnte oder die ss klasse heißt dass die extrem gut ist wenn man die spielen kann hey komm her nein ich werde gerade verfolgt oh danke er heilt mich oh ja heil mich hat die einen dritten die anderen teleportation ding kann sie sich noch mal aber ich weiß kenne mich bei den killern nicht so gut aus standardmäßig hat die zwei teleportationen ach so ich hol dich runter vom haken jo das hier wird wohl hier werden wir wohl nicht gewinnen ja kommen sie in eure richtung ungefähr ist vor dem killer haus streift wieder herum du bist gleich hinterm bus oder so oh eine laterne ja meine wahrscheinlich ja kommst du mit es hat ausgesehen ist jetzt sie gerade in die tasche geschoben ja sollte mich jetzt müsste ich eigentlich schon was kriegen also ein dürftigkeit verlieren ob du keine verlierst war sie nicht aber könnte dann auf lauf 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 was war das denn die weiß wenn jemand sich heilt oder geheilt wird oder siehst du uns einfach durchs fenster gesehen nein sie hatten das ist calling super voraussetzungen das ist weil du so hoch gerankt gerankt bist du wirst du auch nicht gerade viel weiter sind nur fünf ringe die hausCHÜR das kannst du mir erzählen du das ist hier zufällig in den keller schade ich häng mal hier auf dem haken es macht nämlich so viel spaß er hat ein anderes auch schon fast fertig oder war es ja ich glaube das war der Achtung warum nicht mich schlagen die sollte dich schlagen warum mich er weil du 15 sekunden schutzzeit hast ach so wo läufst du hin zum ausgangstag gegenüber von mir also geradeaus von mir da kommen nein ich wollte ich ja traurig mensch okay wo ist ein anderer ich habe sogar vier punkte bekommen so mal schauen vier punkte nein vier mundpunkte ach so ich habe 15.000 blutpunkte fast 16.000 ich habe nur rangfortschritt auto muss noch mit ich habe bei leicht gehalten reparatur habe ich gar nichts gemacht aber du musst mir du musst ein bisschen was bei generatoren machen ja wie lange du am leben warst und wie sehr du hier gejagt wurde ist habe ich aber auch gemacht aber bei hilfsbereit da bin ich komplett da das habe ich auf schildernd na bitte ach nee ich habe nur 7.000 ich habe fast 16.000 weil ich dingens wie viel habe ich jetzt noch das 100 prozent auch fast auch etwa 7000 der andere typ ist bei dem bagger ich habe nur 8000 der andere typen du kannst immer noch taunten vielleicht ist es ein netter kinder was ich bezweifle hilfe hey das war das ding alter ist es gesehen das automatisch schade das automatisch fokussieren kann auch sein dass er sich einfach gedreht hat aber das kann so nicht sein da sieht es doch nicht oder wenn ich wenn ich wenn der in dem modus drin ist dann sieht er nicht wo ich hinlaufe doch eigentlich schon so gut ich werde die erste folge beenden da die jetzt einwandfrei verkackt haben hier aus dem sind sie schon 37 minuten und ja leute ich hoffe es hat euch gefallen lasst mir daumen oben da wenn es euch gefallen hat und vergesst nicht meinen kanal zu abonnieren wir sehen uns dann im nächsten video mal schauen was dann so kommt und ich wünsche euch noch einen schönen abend oder tag oder mittag wie auch immer und bis zum nächsten mal tschüss